So erstmal alles schön einsammeln hier oder auch nicht und nicht so ein großer Gut die halten nicht so viel aus aber ich muss mal langsam in die deckung gehen Habe ich es jetzt geschafft gut Gefällt mir gar nicht Das ist schon krass was hier so abgeht Na komm schon zeig dich Brenn du kleines hässliches Miststück ey Das fällt ja auseinander Schönen Kopf rein Alter das ist doch nicht wahr ey auf so einen engen Raum was sollte man da machen alter seid ihr dumm oder was Meine Fresse ey So jetzt wollen wir uns jetzt Jetzt mal dieser oh da war was also der typ Geht Das ist doch nicht wahr ey dieser typ auf dem scheiß engen Raum alter Ey das ist manchmal echt zu böse ey Alter wie kommen die denn jetzt auf einmal alle hier Mann 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 ey Alter willst du mich verarschen Brennen Brennen Kleines Miststück ey Geht 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 Boah, dieser Typ kotzt mich langsam an, ey. Ey, willst du mich verarschen? Geil, was ein Leichenhauf, Alter. Ey, das regt mich aber so auf, ey. Tun die da noch so einen scheiß Schildträger rein, weißt du? So einen engen Raum, ey. Ich glaube, die haben einen Gefressen in Bambi oder was. Meine Fresse, ey. Los, alle, findet die Auserwählte! Nee. Okay. 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 Bäm! Wow! Wow, da liegt sie wieder unten. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fällig, Mädchen. Wow. Ein Granatwerfer, yeah. Lass nur noch so die Kugel fliegen sehen. Jetzt bastelt sie sich erst mal eine AK mit einem Granatwerfer. Geile Scheiße. Ja, Lara, wir kriegen sie alle. Echt? Ich bin die ganze... Lara ist die ganze Zeit. Nein! Oh, meine Fress, Alter! Ich bin schon wieder gesturmen, Alter. Ich habe ihn aus! Lauf, ihr dreckiges Mistkerle! Ich kriege euch alle! Granate! Ich hab hier die Zolle gesehen. Oh, der hat sie ja. Junge, wie oft soll ich sie den auf den Kopf treffen? Hahaha, mitten in seine Fresse rein. Alter, willst du mich verarschen? Alter! Alter, willst du mich verarschen? Alter, will du mich verarschen? Verrschstattelst! Alter, will du mich? Böste, ich bin fertig! zweiter ist ein zweiter von der schrift also wenn wir hier noch so ein haufenweise teile finden ich glaube damals lange noch nicht geschafft aber irgendwie gefällt mir das das mit dem timing und so dass wir immer so fertig sind wenn man so haben wir hier haben wir den haben auch schon die müssen wir lang hier haben wir noch ein lagerfeuer hat sie sich verbrannt ja so wollen erstmal gucken was wir ausrüsten können hammer machen wir gleich ich habe auch alles schon immer auch schon alles ja da bleibt man nur noch die schrutschen sind so fügt einen alternativen feuer modus sind so mit welchen größeren reichwerter erzählt volle drossel ein geschlitzter laufmantel der die bedienung erleichtert und dadurch den schaden erhöht auf jeden fall politer polzen erhöht die taktrade zwischen den schüssen erhöht die schussfrequenz ein gepolsterter frontgriff der die waffe beim schießen stabilisieren damit den rückschuss verbringt so das letzte hat nicht gereicht tut mir leid wir haben auch einen fähigkeitspunkt in der zeit bekommt das ist auch schick plünderung finden sie bei toten feind versteckte tasche und sozusagen gelter der gewandtheit verbessern hier klärte künstler muss schneller fort zu bewegen haben wir doch schon oder wir haben noch nicht schätzen die geschäfte sinne ein und versteckte belohnung zu finden was kann man denn hier noch so machen ausweich weichen sie leicht gepanzerten feinden aus und daher kennen sie die nahe kaputt um sie auf der stelle zu töten auf jeden fall weichen sie mit b und dringend sieben sobald hat habe ich das nicht schon längst gemacht eigentlich so so leute da würde ich aber auch mal sagen dass die zeit auch schon wieder vorbei ja es hat mir spaß gemacht wieder lehrer kraft zu spielen geschweine mit lehrer kraft zu spielen 2 deutlich ist cooler und ich hoffe es hat euch auch gefallen und wenn es euch gefallen hat daumen hoch wenn nicht daumen runter wenn ihr neu dazu gekommen seid und die findet mich cool würde ich mich freuen wenn ihr mich abonniert dann habt immer die aktuellsten videos die info videos und so und etc blablabla ich bin da mal raus ich sagte mal schaut rein haut rein bis zum nächsten mal euer train bye bye